Merhaba! Assalamu alaikum! Oder einfach Moin Moin, das geht immer noch am besten in der Zunge. Wir sind inzwischen in Trabzon angekommen, sind fast 5000 Kilometer geradelt. Ja, wir uns erreichen nicht besonders viele News, aber die Mai 0 News kommen immer noch an. Und ja, gespannt verfolgen wir da, was dort bei euch alles passiert. Ja genau, das ist ja der Wahnsinn. Also erstmal öffnet ihr eine Werkstatt und ganz kurze Zeit später verlegt ihr schon eure Büroräume dorthin und öffnet einen Laden. Und wir haben natürlich nur die Facebook-Fotos bei euch gesehen, sind aber enorm beeindruckt und ein bisschen neidisch über eure schönen, warmen Räume. Wir haben es ja nicht immer ganz so warm. Und jetzt, anlässlich der Ladenöffnung, ein paar Ausschnitte unserer letzten Tage. Auch so ein bisschen als Anregung, was man mit einem Maibu Bike alles so schönes machen kann. Viel Spaß! Hallo! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.